Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwergegnummer, um zu denken und zu einem neuen Letztest auf meinem Kanal. Gamescom Woche, zweiter Tag, letzte Demo-Version, letztes Letztest für den heutigen Tag. Oh, ich habe so viele, ich habe so viele Demo-Versionen, so viele Letztests gespielt, wie seit Monaten, wenn nicht Jahren nicht, also gefühlt seit Jahren, das ist also jetzt während der Gamescom Online. Ja, auch ein Vorteil, so viele Gamescom, da kommst du nicht dazu, so viele Games auf der echten, realen Gamescom anzuspielen. Ja gut, wir spielen The Last Cube, denke ich doch einigermaßen simples, entspanntes Game zum Ausklang des Tages. Enter. We use Unity's Analytics Service to get some information on Padeas, to get some information on the games. Its information is anonymous, but... Ja, ich kann ja leider nicht abdehlen. Dann nimmt halt meine Daten. Na dann, Demo Level, starten wir. Okay, Use to look around. Verstee to move. Aha, interessant. Aha, okay, wenn ich jetzt schwenke, bin ich dann... Ah, interessant. Großartig. Da rutsche ich. Ich bin jetzt der letzte Cube. Können wir die anderen Cubes bewegen? Können wir nicht. Okay. E. Aha. Aha, da müssen wir uns so drauf stellen, dass das hier passt. Aha, okay. Ich beginne zu verstehen. Aha. Eine Art von diesem Rätsel. Ja, das hilft uns jetzt nicht gerade weiter. Hm. Hm. Kann ich irgendwie anheben? Das wärs jetzt. Hm. Tja. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Müssen wir jetzt mal rausfinden, was das Spiel von uns will. Hier müssen wir eh drauf drücken. Aha. Okay. Irgendwie hat das jetzt funktioniert. Aha. 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 Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber es funktioniert. Ach du Schande. Was haben wir denn hier? Es bringt grüner Wölfel. Fest du Spawn and Temporary Friend. Aha. Du bist mein Temporary Friend. Ach du Schande. Ach du Schande. Verstehe. Kann ich den hier drauf stellen? Mit dem anderen Freund darüber gehen. Hä? Hm. Satz mit X. Kann ich jetzt irgendwie wechseln oder? Ah. Aber ich kann dort oben auf den Schalter drauf. Wenn ich jetzt hier. Irgendes mache. Ach so bin ich auf dem Top. Ah ok. Ok. Wenn ich hier oben so ein. Ok das läuft nicht. Ich verstehe nicht. Verstehe nicht ganz. Was? Ähm. Ja. Ja. Cancel. Ich muss darauf kommen während ich so ein Ding rum habe. Jetzt kann ich hier. mit dem Freundchen hier weiter. Mit dem Freundchen hier weiter. Jetzt muss ich jetzt nur noch hier. So hier oder? Ich muss doch jetzt klappen. Hm. Und seine Temporal Friend habe ich schon gemacht. Ich verstehe nicht. Den können wir. für den Gärtnern dort oben lassen. Dann wechseln. Kann ich irgendwie wechseln oder? Wie sieht das aus? Hm. Ich stecke da nicht dahinter. Ok jetzt habe ich es geschafft. Oder wie? Wie? Interessant. Wie ich das geschafft habe. Habe ich keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Hm. Irgendwas habe ich gemacht. Was mich weiter bringt. Oh. Jetzt wurde ich neutralisiert. Ah. Kann ich mich stempeln lassen. Sehr schön. Okay. Hier hatte ich schon was. Wird einmal hier. Sehr schön. An der Seiten stempeln lassen. Flammt. Flammt. Neutralisiert. Flammt. Sehr gut. Zwei Seiten haben wir schon. Drei Seiten haben wir schon. Gehen wir mal rundherum ein bisschen. Okay, lassen wir es mal hier. Indem wir alle Seiten, damit wir drüben uns wieder abstempeln können. Sehr schön, jetzt hat er alle Seiten, jetzt werden wir hier neutralisiert und können uns hier... Sehr schön, jetzt sind wir rundum, fast rundum. Und nun, ich verstehe das Rätsel hier noch nicht so ganz. Achso, jetzt können wir uns abstempeln lassen. Wir haben hier auf der einen Seite den Kollegen hier. Aha. Hm. Hm. Ach okay, und wenn wir jetzt hier Seite an Seite stoßen vielleicht... Vielleicht bringt das jetzt was. Das bringt nichts. Vielleicht kann ich damit kurz schließen. Achso. Dann kann ich den... Hm hm. Ich probiere es einfach mal. Hm. Der hat schon hier... Jetzt müssen wir an der grünen Seite ankommen. Da werde ich neutralisiert. Hm hm. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig im Klaren, was ich hier veranstalte. Okay. Irgendwie müssen wir da rüber kommen. Und wenn wir jetzt hier drüben sind, drüben den Freund haben... Da kann ich uns auch hier so eine Seite geben... Der kommt immer mit der Seite da drüben an. Das heißt, wenn wir hier jetzt alle Seiten das Kreuz umwechseln. Hm, ich habe das Gefühl wir sind da mit dem Kreuz irgendwie durch. Hm, tut es irgendwie nicht. Da könnte man doch theoretisch durch. Verdammt. Ja, so garantiert nicht. Ich kann sogar hier nochmal die Seiten stempeln lassen. Jetzt habe ich alle Seiten auf grün. Aha. Ok, und jetzt? Ich verstehe nicht ganz. Das hilft mir nicht weiter, wenn ich da hoch geht, Mann. Hier kann ich den Kollegen hoch stellen lassen. Ah, vielleicht bin ich hier. Ich gehe jetzt rüber, Kettzer. Den Kollegen rüber wechsle. Ja, aber was dann? Hm. 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 Jetzt müssen wir den hier noch blockieren. Ok, und nun? Jetzt bin ich hier ein bisschen überfragt. Tja. Jetzt bin ich an dieser Stelle ein bisschen überfragt. Von wegen ein leichtes Spiel am Abend. Mal eben so. Ich habe auch schon ein bisschen Hirnschmalz. Jetzt haben wir hier grüne und gelbe. Grüne Vierecke und Fass. Jetzt müssen wir jetzt ein Kreuz verpassen. Was machen wir mit dem Kreuz da drüben? Wenn wir jetzt hier komplett kreuzig machen lassen. Ok, das Kreuz kommt hier. Ja. Hm. Ich blick da gerade nicht durch. Nicht das Rätsel. Aha. Tja. Wenn ihr da was blickt, was ich noch übersehen habe. Schreibt es in die Kommentare würde ich sagen. Aber ich muss da wahrscheinlich mit einem Kreuz oben drauf auf das Ding. Ich muss ein Duplicat hoch schicken, was dann mit dem Kreuz auf der Seite landet. Ja, so ist verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Aber ne, das funktioniert so nicht. Hä? Was soll ich... Was will das Spiel hier von uns? Ok. Hm. Dann werde ich nicht schlau draus. Na ja, gut. Bevor wir jetzt hier noch Stunden drin hängen. Würde ich mal sagen. Da mich noch umsatzlich gefallen haben. Lass ein Abo da mal neu sein. Ja, haben wir das mal angespielt. Also wenn ihr eine Ahnung davon habt, wie es hier weiter geht. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie man es hier lösen kann. Wahrscheinlich ist das offensichtlichste hier der Fall. Und... Ich sehe es bloß nicht. Ich blick es nicht. Aber wir müssen ja hier durch. Es gibt wahrscheinlich eine Möglichkeit. Ich grasse absolut nicht schneller. Ja. Ich habe noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und haut da rein. Ich mache jetzt Schluss hier. Für heute. Ja. Ja. Ähm. Na dann. Man sieht sich. In einem nächsten Letztest. Wie auf jeden Fall. Ähm. Ja. Morgen geht es weiter mit weiteren Demo-Versionen. Die ich anspielen werde. Tag 3 der Online Games kommen. Na dann. Haut da rein. Bis dann. Ciao. Dann. Da. Dann. Dann.